ich kann auch von hier nichts machen also wow war okay er kann zum drecks zauber stimmt da hatte ich mich letztes mal war ich letztes mal so pissig weil ich den auch am ende hatte da hat er alle mit einem schlag getötet so okay so Nioh Waaah, Knap er kann nichts groß machen außer das ja eigentlich ist das das einzige was man machen kann ja das sieht schlecht aus sieht gar nicht gut aus naja kann ich danach eine rauchen gehen und mich beruhigen dringend raus dann melde ich mich aber wieder leute wenn wir bei diesem kampf hier sind so wow das möchte ich jetzt stoppen die aufnahme und das speichern wir sehen uns sofort wieder wir sehen uns sofort wieder tschau bis gleich ich freue mich so ok muss nur so jetzt wenn wir hier fertig sind werden niemals frei von dem schmerz sein verdammt heißt du wahren ich weiß nicht welche er trägt er trägt er trägt meine verschwindeteufel diese welt ist ein welcher für dich ist ein ort der für menschen gedacht ist jetzt einen schönen forstschlag so 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 back the lightning true lightning hat gettos team schon begonnen die gehen so schnell sobald sie fertig sind also sind wir schon aber die gehen ja gleichzeitig los deswegen gut gut ich werde die wasser ohne plattform schon bald betreten nur das beste für dich alles wird gut ich habe solches vertrauen in mich du bist ein echter kämpfer und das ist etwas das ich niemals angezweifelt habe dass du ein wahrer kämpfer bist du wirst du mich auch immer noch nach diesem wenn der kampf zu ende ist wirst du mich immer noch so respektieren oder werden wir dann wieder feinde sicher ich weiß nicht wie es in sachsen aussieht aber im grasland würden wir auch unseren feinden helfen wenn wir müssten in sachsen sagen wir vertrauen muss man sich verdienen aber es ist genau etwas traurig anderen nicht zu vertrauen für den moment glauben wir euch hör zu als ähm 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 egal ob du so freund oder feind bist ich respektiere dich das kannst du glauben und als eine erfahrene frau lass mich dir sagen es ist nicht immer einfach eine starke frau zu sein finde ich geil vollkommen verloren gegangen in der modernen Welt dass man trotzdem dass man stark sein muss, wenn man stark ist oder dass man sich nicht immer schwach fühlen muss weil man sich in seiner Rolle sieht totaler Bullshit eine Frau kann die Welt auseinander nehmen deswegen kann sie trotzdem eine Frau sein ein warmes Wesen wenn du eines Tages Kinder haben willst wie dich äh Kinder haben willst wie dich wenn du eines Tages auch selber Kinder haben willst musst du manchmal Schwäche zeigen sowie auch Stärke eben oh dazu ganz rote Wangen Entschuldigung wisse dass wir auf dich zählen weiße Jungfrau der Sachsen oh er ist so niedlich hm was hat die da gesagt mh ok gut die Frage ist jetzt ähm ist ja nur er da ja ja niedlich so aber man alter wie ich sowas vermisse heutzutage so gut geschriebene Dialoge und voll geil so dann suchen wir uns jetzt unseren Trupp aus was gar nicht mal so einfach sein wird ähm ich weiß gar nicht Fugu wir haben noch hey sie wird wahrscheinlich gegen Sarah kämpfen gehe ich mal davon aus Saserei gegen noch wen anders was ich jetzt nicht ich wisse jetzt gar nicht hm so so aber wie gesagt jetzt gehen wir eh noch mal raus wir versuchen es jedenfalls weil wir insgesamt viel zu schwach sind geht das ja es geht oder nein das wollte ich eigentlich auch nicht na Gott so so okay hier können wir raus bitte lasst uns rausgehen sieht gut aus also wir kommen halt nicht drum wir müssen Geld verdienen wir müssen Wasser schmieden und stark sein denn über war der über war der über Gegner was was das kämpfen angeht okay ähm aber was ja was Magie Attacken angeht alles vernichten das ist leider die gute beschissene Sarah ähm und zwar machen wir jetzt einmal das Event Item damit biegen wir uns jetzt genau dahin wo wir uns hinbeben können und werden hier halt unsere Dinge tun und dann werde ich mich wieder einschalten quasi wenn wir ähm ihren Weg schreiten also wir werden jetzt auch das gleiche mit dem nächsten mit dem nächsten Trupp aufmachen also dann würde ich sagen bis dann ich freue mich euch wieder zu sehen ich kann es kaum erwarten aber jetzt müssen wir erst mal äh die Dressarbeit machen von euch in einem stück zurück und dann wieder umstände sehen die umstände nicht so gut aus ich schätze mal vor uns liegende menge biester egal was passiert wir werden zurückkehren mit einem minimalen Verlust so da ich natürlich nicht weiß okay wo es lang geht geht schon mal nur in eine Richtung da wäre es natürlich recht alle Monster zu skippen mal sehen was hier für Monster ob es hier auch so eine Monster wie bei denen jetzt kommt äh wie bei Ghetto eben natürlich nicht aber den können wir entkommen das ist gut so hier kommen wir wieder über Eck ich hab ey das ist komisch ich hab dieses Spiel ja schon oft genug durchgespielt ich kann mich nicht da erinnern das ist für die Olaf Scholz oh ja noch mehr oh na dann nein okay wir müssen hier irgendwie rauskommen das Gute ist hier geht jetzt alle auf Mua rauf für die die ähm zum ersten mal einschalten ähm Mua der trägt eine Rune die die Attacken der Gegner anzieht also alle einzelnen Attacken genau das was sie jetzt quasi die ganze Zeit nicht machen wenn es nicht ganz so viel geht und dann sollten wir kämpfen alles klar so und da geht's raus so und da geht's raus 3 3 muss ich nicht gerade heilen und 10 auch nicht aber der ist unlustig ja genau da wartet sie das ist klar die könnte unser größter ähm ähm ich weiß es nicht äh liege ich richtig wenn ich sage dass du es zurück weißt egal ob welche Kosten Meister lüge zu stoppen ich weiß nicht wo man das jetzt sicherlich das solltest du auch äh das solltet ihr auch äh sehr bewusst durchaus bewusst sein äh was passiert wenn man die Windrune wenn die Windrune Windrune freigelassen und außer Kontrolle gerät ja kaum vorstellbar wie viele Menschen das vernichten würde natürlich ist sie gut aber gut ähm scheint ja irgendwas hinter zu sein was wir vielleicht noch erfahren warum sie sich trotzdem diesen Weg gönnt weil überall ist es klar er ist ein Dämon ein böser Dämon ähm ja genau macht uns nochmal drauf aufmerksam dass das Schwert an uns was wir tragen ja jetzt nicht gerade unschuldig ist was das äh Auslöschen von Menschen angeht ich hab mein Schwert immer benutzt um Menschen zu beschützen nicht um sie zu zerstören ja ja und äh gut wertvoller als das Leben ja das ist eine gute Frage ne nichts ist so wertvoll wie das Leben lass mich eine Frage stellen was ist wichtiger deine Schuld oder deine Pflicht also deine Pflicht Entschuldigung man sagt früher hat man auch mal Schuld gesagt also deine Pflicht oder dein Leben ja dann müssen wir dann wird es halt mal Zeit dass wir ähm ihr den Chaos machen das könnte vielleicht ein paar Menschen eben retten wenn wir nämlich Glück schnell genug erreichen so dann heißt es wohl Auge um Auge Zahn um Zahn oder wie das heißt oh ja fuck you so der der wird irgendwie übrigens ein Krampf der Kampf sage ich jetzt schon mal wir können den stillen See versuchen aber ich glaube da kommen wir nicht mehr dran der bringt uns glaube ich auch nichts wir können froh sein wenn der ähm scheißdreckssicher sind gefährlich ne äh halt mal was auf einen Gegner ja versuchen wir es erstmal mit einer Explosion und sie zaubert schon und ich zaubert das blasse Tor das kann alles das kann alles sehr unlustig werden das kann ich euch versprechen ja stopp chanting dankeschön oh ja okay ich hab vielleicht das ein bisschen doch noch gut wie es geht das nur auf ihn gut alter Vater ey leck mich am Arsch das kann ich auch Hmm. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur attackieren. Ja, Glück haben halt, ne? Ansonsten sehen wir uns beim Endboss wieder. Ja. Okay, eine Heilung. Genau das wollten wir auch. Leider sind wir nicht so schnell zaubern, wie sie. Okay, nerviger Gegner. Nerviger Drecksgegner. Ich denke nicht, dass wir dazu kommen werden, aber ist mir gerade, glaube ich, egal. Und sie taubert wieder das Blasetor. Boah, super. Zumindest ist der Kampf schneller als der Gegenüber. Muss man ja zugeben. Jetzt juckt die gar nicht, die Viecher. Okay. Oh. Wie geht die sich denn ein hier? Ähm. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Hey, warte mal, was habe ich dir gerade gemacht? Keine Drops... Auf sich selbst, jo. Ähm, Sergeant Joe. Auf sich selbst. Und ich schätze mal, die können dann auch keine Drops auf sich selbst machen. Ja, und sie heilt auch wieder, ne? Glaub' ich. Oh. Mach' doch sowas nicht. Mach' doch sowas nicht. Boah, alter. Oh nein. Okay. Das war... Game over. Das war... Game over. Phoenix. Ähm. Und hier müssen wir schon Glück haben, ne? Oh, das wollte ich nicht. Das könnt ihr von mir aus machen. Gut, das mit dem falschen Hallen war jetzt auch schon wieder scheiße ohne Ende. Und das hier wird jetzt richtig scheiße. Ja, das war's. Game over. Hätte ich jetzt mich nicht aus Versehen mit den beiden vorderen geheilt, anstatt mit, ähm... Da hätte ich jetzt Christi Heilung gegeben, dann wäre das nicht passiert. Ja. Gen Reformat. Drecksviecher, Alter. Das sind Drecksviecher ohne Ende. Alter Schwede. Nicht gut. Doch. Ach, was, hä? Warum kann ich ihn keine Hune mit dem Sarge benutzen? Ach, wahrscheinlich ist er, keine Ahnung. Hä? Hä? Ey, dann will ich mich verarschen, sag mal. Das dauert mir alles viel zu lange, eigentlich könnte ich wieder ausschalten. Ja, okay, ich habe viel überunrichtig getan. Klasse. 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 Das zieht sich aber auch noch nicht. Wie als wenn ihr mit einem rumspiel... Okay, der war ein bisschen deftiger, glaube ich. Wie als wenn ihr mit einem rumspielen, dieser Arschlöcher... Ah, jetzt ist Chris auch noch still. Super. Das ist ein nicht so schöner Kampf. Doch, muss ich ganz gerne deutlich sagen. Oh, tschüss. So ein Scheiß, ey. Okay. Ich glaub's nicht. Okay. Das ist ja unmöglich. Ja, vor allem wenn ihr... Gott, ist das spannend. 14. Komisch. Alter, aber... Was sind das denn für enge Kämpfe, Alter? Eigentlich ist das eigentlich ein bisschen die Kämpfe schon geschafft sein, wenn du die Hauptperson geschafft hast, finde ich. nicht. Wow. Wow. Ja, Wasserflussruder, super. Die brauchen jetzt... So soll es sein. Bitte vergib mir Master Luke, ich bin nicht stark genug. Geh mir aus dem Weg... Oh, das war zu schnell, kann ich nicht lesen. Nein. Das werde ich nicht... Ich werde ihm mein Leben geben, um die Hieronie hier zu behalten. Pock. Du musst nicht so sterbewillig sein. Gut, jetzt haben wir die wahre Wasserrune auch zurück. Fehlt ja nicht mehr viel, ne? Also wir haben eine Menge zermatschter Mitstreiter. Alter, wir haben gar keine... Wir müssen heute so Glück haben. Niemand scheint hier Wache zu stehen. Wegen der Rune. So sieht's aus. Alter, es ist Cecil. Bist du dir sicher, dass niemand hier ist? Zweifelst du an mir? Schaut nur, da ist jemand. Moment mal, Leute. Ich will hier wieder so einen Zwischenspeicher setzen, so leid mir das tut, weil ich keinen Bock habe auf, ähm, dass der Kampf weg ist. Also, wir sehen uns sofort wieder. Merkt ihr gar nicht.